Hallo Leute, ja wir sind hier am Ei, wir müssen das ausbrüten und dann werden wir noch was reinstecken und dann sehen wir weiter. Ich würde sagen, nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm. So ausgebrütet, da ist so ein Pflugklauer, weiß ich wie der heißt, drin und naja das war's. Dann haben wir hier noch ein düsteres Ei, das packen wir dann da rein und das braucht auch fünf Minuten. Gut, ich habe hier schon alles so zugeordnet, ich habe auch geschaut, dass wir jetzt hier hinten mal diesen Eisenerz abbauen, da habe ich einem zugewiesen. Ich hoffe, der macht das jetzt auch mal ein bisschen und dann würde ich sagen, gehen wir aber wieder hier zur Kathedrale bzw. zur Ruine, der Kircherruine und schauen zu, dass wir da noch ein bisschen was weitermachen. Ja, da brauchen wir noch welche von. Nur noch einen, dann haben wir sie vollzählig. Was hier? Loch. Tiefes Loch. Oh, da ist so ein schicker Ding ins Baum mit Früchten. Komm ich irgendwo runter, wo es dann so einfacher ist? Ich glaube hier. Oh, da ist auch ein Dungeon. Kann man hier schwimmen? Ja, kann man auch schwimmen. Da ist der Baum, den holen wir uns als erstes. So, ein paar Früchtlein dran, Technikfrucht, Feuertechnikfrucht und da sind immer drei dran, oder? Da. Erdtechnikfrucht haben wir. Tür ist hier unten blinken und nichts, ne? Pfeile, kleines Palsäle, kleine Palsäle, oh Gott. Ist hier noch was? Nein. Das heißt, wir gehen jetzt da rein. Level 13. Verschwindet in 283. Ja, geh mal rein. Okay, das ist so ne richtige Höhle. Hm. Kann das sein, dass wir so ne Höhle hier schon mal hatten? Bin mir nicht sicher. Okay. Am Absatz. Kann es sein, dass hier mal ein Endgegner war, der jetzt nicht mehr da ist. Ah ne, da ist einer. Joltok. Schon tot. Schade. Hat es was gebracht? Elektrodrüse an dicke Bauteile 2, seltene Kralle. Ok, hat ein bisschen was gebracht. Und sonst ist hier glaub nix, oder? Da ist der Ausgang wahrscheinlich, oder? Und ein paar Kisten sind noch hier. Übungsfibel, Eistechnikfrucht und Ronrobin. Mittelrose Übungsfibel, Eistechnikfrucht, Eisbergfeder, Haarschmuck, Bauplan. Und Dungeonverlassung. Kann man schon machen. Yeissh, Bubert's. Und auch die Auenheit. Der Sands Moren. D 아닙니다. Duack. Ich schaum. Duack. 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 Ich bin hungrig. Ich habe keine Eier mehr, tatsächlich. Ich habe jetzt nichts gefunden, was ich essen kann. Dann hat es ja wieder gut geklappt. Hier sind aber ein paar Bären. Hier ist auch wieder ein schöner Ausblick. Da ist ein Turm. Da sind noch mehr Spitzen. Da sind auch noch Sachen. Karte. Fellbad. Wir können jetzt einfach hier erstmal runter gehen. Das sind Schnabeltiere. Ich glaube die hatten wir noch nicht. Kann das sein? Fuak, genau. Na schade. Wie, der ist wieder rausgekommen. Naja, da brauchen wir noch einige von. Da ist noch eine Kugel. Tja. Und wir gehen einfach da weiter. Was ist das? Schon wieder ein Dungeon? Achja, ich glaube das ist hier. Schauen wir mal, oder? Level 23. Den Melpaka hier, den brauche ich bestimmt auch noch, oder? Teefanden, okay. Weiß ich nicht, ob ich die noch brauchen. Oh, da ist ein Spawnpoint. Da gehen wir erstmal hin. Rote Beeren gegessen. Fünf haben wir noch, okay. Und Punkte haben wir natürlich auch noch. Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch mal mit. Rot, kleine Palsäle und Goldmünzen. Kälbseer. Die sind jetzt blöderweise im Wasser, das ist nicht so toll. Ich glaube. Die sind jetzt blöderweise im Wasser, das ist nicht so doller. Schau, kaputt. Ich hätte es mir den anderen da auch kaputt gemacht, oder? Ah, dann können wir hier noch einen befreien. Ach so, wir haben ja jetzt am Gürtel die Laterne. Das ist ja cool, ne? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich bin mir noch nicht aufgefallen. den linken müsste ich kriegen ja und den rechten auch dann sind wir schon angeschlagen ja vielleicht sogar die nummer oder die pennen gleich kaputt das sind auch gar nicht die die wir gerade gekriegt haben oder da hinten ist so einer der schon aktiv ist und dann gucken wir was mit dem machen können das ist nur der vorderen macht er jetzt ich glaube wir gehen ins lager zurück wir brauchen auch essen so reparieren müssen auch bestimmt aber jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier haben wir gerade mal zwei gemacht und jetzt kann man keinen weiteren machen das ist ganz schlecht ich habe eigentlich dahinten beim eisen ein fisch zugewiesen aber da haben wir wieder nicht geklappt mann 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 ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die glocke an damit wie ich das nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video von anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao klang klang als